Soll ich euch mal was sagen? Ist mir gerade mal so aufgefallen und ich bin echt entrüstet. Beim Surfen auf Facebook habe ich gesehen, dass meine Kumpels und Fans alle einen Adventskalender haben. Und ich habe keinen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, ich werde vernachlässigt. Ich habe noch keinen Adventskalender. Ich konnte noch kein Türchen aufmachen. Super, ganz toll. Shit, ich glaube, ich muss mich echt beschweren. Das geht doch nicht. Also, da muss echt ein guter Adventskalender rausspringen. Als Entschädigung. Das muss ich mal festhalten. Wenigstens habe ich schon eine Weihnachtskarte bekommen. Das ist für den ersten Advent eine Karte. Das ist doch schon mal wenigstens etwas. So. Jetzt hoffe ich auf mehr Post. Und minimum ein Lego Adventskalender. Jawohl. Ich hoffe, der Papa hat das gehört. Hast du mich gehört? Ja, ja. Und das ist dann noch ein Kalender noch. Ja, er sagt, ich kriege meinen Adventskalender noch. Ja, wir dürfen gespannt sein. So. Und jetzt sagt der kleine Lolli. Gute Nacht. Tschüssikowski. Meine lieben Freunde, Fans, Verwandte, Bekannte. Alle, die mich lieben. Schlaft gut. Tschüssikowski. Tschüssikowski. So. Tschüss.